Dieser BMW verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Das Interieur ist besonders komfortabel. Es verfügt über ein multifunktionales Lenkrad, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Selbstverständlich verfügt dieses Auto über Sicherheitssysteme wie ESP, verschiedene Airbag-Systeme und Xenon-Scheinwerfer. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017